Wir freuen uns endlich, die Genussliebhaber im traditionellen Spargel-Dreieck Terlan, Philpian und Siebeneich herzlich willkommen zu heißen. Bis jetzt haben einige Spargelwirte den Liefer- und Abholservice angeboten, aber jetzt sind wir froh, dass die Gäste wieder direkt in den Gastbetrieben bewirtet können werden. Bis zum 16. Mai ist der Terlaner Spargel Margarete der Mittelpunkt des gastronomischen Angebotes in Terlan. Wir machen die mit Pozner-Soße klassisch auf dem Grisator oder in Nudelspezialitäten oder auch zu Fischgerichten. Es sind acht Spargelwirte, die individuell raffinierte Spargelkreationen anbieten. Bei uns wird die Pozner-Soße mit den lokalen Freilandeiern, mit den Qualitätszeichen Südtirol angeboten und dazu natürlich der Spargel Margarete. Zu den Spargelgerichten wird der frische Spargelwein der Terlaner Kellerei angeboten. Das ist ein Sauvignon Blanc und passt perfekt zu den Spargeln und zu den Spargelgerichten. Die Gerichte, die wir anbieten, können wir im Außenbereich genießen oder aber auch mit dem Corona-Pass im Innenbereich. Aufgrund der aktuellen Umstände bitten wir Sie zudem, rechtzeitig einen Tisch zu reservieren. Wir freuen uns auf Sie!